willkommen zu einer neuen folge pokémon go und wir haben heute eine kleine recap folge weil ja bald das go fest im hause steht in der tür steht wie auch immer keine ahnung ganz kurz ich möchte euch mal zeigen wenn ich welches ist das hier wenn ich meine kamera ausmacht dann sieht man von meinem facebook profil diese bilder die ich gepostet habe die möchte ich euch jetzt mal zeigen mit euch durchgehen das war nämlich damals von der safari zone in dortmund ein jahr bevor das go fest in dortmund stattfand das erste mal dass ich in dortmund im westfalenpark war wollte ich euch ein paar eindrücke ein paar bilder noch mal zeigen ich werde euch die texte vorlesen die da stehen ihr müsst mir jetzt vertrauen dass ich das vorlese was da steht weil ich möchte euch ja mich einblenden dass ich hier so da sitz habe mir das fenster extra so hingeschoben dass das genauso in diesem facebook bereich reingeht müsste jetzt eigentlich passen sieht ganz gut aus denn ihr wisst dieses jahr corona und so alles thema es wird kein go fest geben außerhalb in irgendeinem park wo die ganzen leute aufeinander hängen es wird ja weltweit stattfinden so dass jeder von zu hause aus spielen kann das ist natürlich schade denn ich hatte mich mit pupsi und ist wohl schon kurz geschlossen dass wir extra urlaub nehmen wollten nichts vornehmen wollten freinehmen wie auch immer uns das eintragen dass wir zusammen wieder nach dortmund fahren zur safari zone zum go fest zum was auch immer wenn irgendwas stattfindet oder wenn es nicht in dortmund ist eben woanders hin denn letztes jahr waren wir ja zu dritt dort übrigens wer das nicht weiß ich kann ja mal ganz kurz jetzt hänge ich einfach mitten in der luft rum ramses der dicke go fest 2019 da gibt es auf jeden fall verschiedene videos davon ihr seht ihr hier go fest dortmund 2019 teil 1 der weg zum glück teil 2 habitate team longes shinies teil 3 visa fan tv und shiny blumenkranz pikachu teil 4 fazit und ausbeute wer sich dafür interessiert kann sich ruhig die einzelnen videos mal reinziehen im teil 1 sieht man halt wie wir losfahren richtig genial zack und das pikachu weggesmackt gleich rupft alles aus hier seht ihr nochmal pikachu eboli hier auch anfassen und berühren da sind wir nämlich dann zu unserer unterkunft gefahren in in datteln war das da gab es sogar wo finde ich es da gab es hier kleine lustige reekipps gut achten sie erstmal 1 zumindest das hat er noch rum geschnüffelt so wir wurden jetzt noch jetzt hat es geschnauft los pass es an ungefähr so da ist auch das thumbnail entstanden von dem video euch zu schnüffeln und 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 wenn es nicht gerade abgelenkt ist ja gut jetzt hat es mich schon zweimal abgetastet da ist das nicht mehr neu gell bruder ich höre deinen schnaufen hört ihr das das ist doch genial das ist wart ihr letztes jahr in dortmund beim go fest dann schreibt es mal in die kommentare wir haben ja auch die unterkunft gezeigt wie das da aussah hier nochmal ein sofa und gast drauf ja ich habe mal in den schrank geschaut ein paar pferde noch dabei ein paar esel habt auch als später war man dann noch essen da gab es dann burger haben natürlich auch alles gefilmt kaprese burger wo wir essen jetzt und nachher gehen wir heim fangstelle waren wir auch schon und melden uns zu hause dann noch mal aus der aus egal wo ich hingehe jedes mal bestellig chili cheese fries und immer heiß oder die sind aus die haben wir nicht gibt das nächste woche wieder aber jetzt haben wir sie da sieht richtig genial aus hier guckt euch das an chili cheese fries und beim zweiten teil wie gesagt war es dann so da sind wir aufs go fest gelände gegangen wir haben ich habe die habitade mal gezeigt die team lounges was es alles so gibt okay da war ich noch müde es waren hier diese wasserstationen die überall im park verteilt waren dabei haben wir im ganzen park immer nur genau eine gesehen und da musste man immer seine wasserflaschen kostenlos aufladen also wieder auffüllen das sieht man wie das aussah das war jetzt hier die gelbe team lounge dass man sich das reinziehen konnte die hat extra gelbe tisch decken wie man sieht dann gab es hier extra so pokestops die man besuchen konnte was power banks waren also da war so immer eine station aufgestellt als pokestop getan mit lauter kabeln dran wo ihr alle eure geräte aufladen konnte ich weiß nicht wie lange die leute dann immer das sitzen sechs eintrag mehr aber das ist eine andere geschichte da ging dann das fest schon los da gab es wenuf liebes zu fahren aber gerne mit um 10 uhr nichts geht und ich hoffe ist wo und bubsi die fangen fleißig damit wir dann da auch ein lucky tauschen können aus dem ding heraus die kokido sitzen ihr seht schon im park wie es da auch aussah die ganzen stops waren natürlich geboostet aber von den spielern selber wir sind also rumgelaufen wir haben uns auch hier mal die team rot lounge angeguckt da gab es auch giveaways da haben sie immer sachen reingeschmissen in die zuschauer es gab verschiedene essensstände sonst was wir haben die aufgaben gelöst hier das fand er ist besonders cool diese habitade eben hier bei diesen steinhabitaten gab es gesteins pokémon und boden pokémon zu fangen vermehrt da ist man dann hin dann gab es natürlich noch eins hier war die seebühne wo ganz groß dieses gruppenfoto auch gemacht mal seitdem ist er drin seitdem läuft alles und vor uns habt ihr auch die wiese hier gab es diese dieses boat river dings mit wo lauter wasser pokémon gespawnt sind und alles da hat sich jeder hier drauf gesetzt bis einer kam und geschimpft hat dass man sich da nicht drauf setzen soll weil das sind ja die aufbauten die gehen sonst kaputt dann gab es spooky woods mit so einem vulkan wo der rauch raus kam wo viele geist pokémon waren und zeug aufgebaut da raucht das sind brücken da war da waren auch lauter spinnweben an den bäumen und hier sieht man auch noch mal die blaue team launch also das war schon eigentlich sehr cool gemacht dass der zweite teil im dritten teil was dann so weit haben wir bisafan tv getroffen live beim go fest in dortmund 2019 seitdem kennen wir uns er ist mit uns dann auch rumgelaufen es hat auf jeden fall viel spaß gemacht wenn man ihn jetzt sehen halt war ein raupi wurde ich gerade darauf hingewiesen drücken wir mal kurz durch wenn man hier jetzt weichen kennenlernen mit bisafan tv da gab es natürlich auch überall merchandise konnte da sachen kaufen von ja gut kane steht wieder im weg dieses mimik mal was ich mir da hinten mal gekauft habe habe ich von der meg in erfurt für 30 euro das ist original aus japan 30 euro so ein schnäppchen und hier konntet ihr beim go fest genau das gleiche mimik mal kaufen genau dieselbe selber hersteller selbe größe für 16 euro hätte man schnäppchen gemacht wenn man nicht auf der meg was gekauft hätte so und wir sind jetzt beim go fest hat man vögelchen gezwitschert und ganz zufällig sieht man ja immer bekannte leute und vielleicht sehen wir heute auch jemand bekanntes wir gucken mal so in die menge ja den kennen wir ja schon und da drüben da läuft auch jemand und da sind noch mehr ne da sind keine mehr gucken uns mal den typ hier an guten tag ist es nicht bisafan tv der spiel doch auch hier sieht lustig aus wenn sich leute hände geben jetzt gerade in der corona zeit aber das ist ein altes video deswegen das war so ein cooler moment auch bisafan tv getroffen ist wo war dabei pupsi war dabei wir sind da rum wir haben gefräsen wir haben gezockt wir haben so viel spaß gehabt auch an dem tag an diesem wochenende wir sind dann auch wieder zurückgefahren irgendwann ich habe dann noch mal video gemacht über die ausbeute allgemein haben fazit geschlossen also werde wirklich die kompletten folgen sich mal angucken will kann das gerne machen einfach go fest dortmund 2019 und rams ist der dicke eingeben da seht ihr sicherlich alle folgen wir sind wie gesagt dann zusammen noch darum gelaufen irgendwo da wurden dann wieder auch bilder gemacht mit pikachu und so aber da war ich diesmal glaube ich nicht dabei ich bin mit dem ist wo dann aber auf dieser komischen seilbahn dachte ich noch umgefahren aber es soll ja diesmal nicht um das go fest gehen eigentlich soll es um die safari gehen wir können aber hier den moment noch mal zeigen wo wir das schirachi abgeholt haben wo ist es denn hier hinten müsste das irgendwo kommen jetzt sollen wir schnell noch die aufgaben ab also die belohnungen ach ihr wisst schon gleich hier 1 2 3 4 5 6 weiß ich nicht ob ich das kann wie viel sternen staubs da gab so viele aufgaben und so viele sachen das war halt immer das besondere an den an den spezialforschung und bei den go festen aber dieses jahr wird es ja so sein wenn ihr das von zu hause macht im endeffekt habt ihr zwei kapitel oder so und dann war es das und dann gibt es halt einfach nur irgendwas es ist wie gesagt halt kein vergleich 5 6 7 ein dings das wollen wir auch ab und jetzt haben wir gleich die 5 von 5 und jetzt haben wir noch tauschen gegen drei pokémon die aus mindestens 100 kilometer entfernung stadt wieser fan tv das war ein fehler das war ein fehler das ist ein fehler oh mein gott gleich nach jentig an schneid mal rein hier auf jeden fall der gute danni der dicke wieser fan tv ist wo auch am start das wäre wirklich cool gewesen dieses jahr wieder irgendwo hinzufahren und da was zu machen jetzt aber genug vom go fest 2019 ich will nämlich ein jahr zurückgehen bevor es das go fest gab gab es ja die safari zone in dortmund und damals habe ich noch keinen youtube kanal gehabt damals habe ich noch keine videos gemacht und da möchte ich euch einfach jetzt ein paar eindrücke zeigen in bildform und was dazu erzählen für die leute die es interessiert denn da war ich mit der christel unterwegs das ist das kleine mädchen hier hinten sieht aus wie meine tochter wenn ich eine hätte und bei dem bild steht in menten in menten klebt scheiße an den wänden gruß an derasch und seine weintrauben hier in menten sauerland denn unsere unterkunft war in in menten kurz nach menten ich weiß gar nicht genau wo das war ja ich glaube in menten war die unterkunft und er hat gesagt ja ich bin ich wohne doch auch in menten ramses komm besuchen mich mal derasch auf jeden fall auch ein rapper der schon ewig musik macht der auch beim nr battle immer mitgemacht hat und so weiter und so haben wir uns natürlich dann mit dem getroffen war auch eine coole aktion wir sind dadurch die gegend haben da bilder gemacht kirchen fotografiert haben das alles erkundet wie es da aussieht der marktplatz der kirchplatz bei menten auch richtig cool anzusehen bin mit christel hier ein bisschen durch die gegend spaziert haben fleißig fotos gemacht natürlich als wir uns dann mit dem derasch und seinen homies getroffen haben hat er uns auch zu einem burger restaurant geführt nämlich zum bongas können wir gucken bongas hier steht da was dabei das ist die facebook seite vom bongas bongas da seht ihr schon essen bongas spargelkarte wunderbar auf jeden fall waren wir hier dann beim bongas in menten haben da gegessen und da gab es ein el mexicano saftiges beef karamellisierte zwiebeln jalapenos chili cheese soße nachos tomate gurke wildkräutersalat und haussoße dazu onion rings und aioli dip da war es war schon dunkel aber das hat trotzdem sehr gut geschmeckt war ein cooler abend denn da waren wir noch nicht beim go fest wir sind am freitag ja hingefahren hatten das ticket für samstag waren freitag also in der unterkunft haben uns mit derasch getroffen waren abendbrot essen sind dann zurück in die unterkunft haben da im bett rumgewuselt sind am samstag dann in den park haben gezockt sind sonntag aus dem hotel raus sind aber noch mal in den park ich weiß gar nicht warum weil irgendwie man hat doch eigentlich ein ticket gebraucht aber irgendwie sehen wir als wir dort waren konnte man trotzdem noch zocken und das mitmachen also ja keine ahnung egal wir gehen mal weiter wir gucken wie das hier aussieht da sind wir also auf jeden fall dann reingekommen kurz nach dem betreten gab es dann auch so kärtchen dabei safari zone hier westfalenpark dortmund und hier der fette fiese hat auch geschrieben im ersten moment war ich traurig darüber dass ich nicht da sein kann aber wenn man dann sowas liest wie 50.000 spieler in dortmund server überlaste dann bin ich froh nicht da zu sein aber gerade das hat ja das erlebnis ausgemacht also nicht dass nichts ging sondern die ganzen spieler die ganzen sucht die es die ganzen leute da waren so viele franzosen spanier italiener engländer aus ganz europa waren die leute da das immer zu einer anderen sprache um dich herum gehört und gruppen sind herumgezogen manche mit 20 handys am start das war also unsere karte das konnte man ausklappen dann hat man übersicht vom park gehabt fand ich sehr cool müsste auch irgendwo noch rum fliegen keine ahnung ich habe sogar ach nee das ist pokémon go fest hier hängt nämlich noch was an der wand das ist aber vom das ist noch vom pokémon go fest 2019 also nicht von der safari sondern wirklich vom go fest so ein bändchen was ihr dann immer drum bekommen habt vorsicht nicht in die hand stechen alles gut ich habe es überlebt so dann hängen wir das nämlich mal dahin dann was haben wir weiter natürlich gab es so viel essen im park egal wo du hingegangen bist immer gab es einen essstand hammer sage ich nur chicken kebab im park eine geschmackskulisse hier westfalenpark dortmund habe ich sogar noch mal ein bild gemacht hier und ja das war zwar zum teil mega teuer aber das war auch so lecker und frisch und sah einfach richtig gut aus also wem läuft denn nicht das wasser im mund zusammen er würde das nicht gerne probieren oder hier der pokémon becher frozen yoghurt mit schokosoße und drei toppings gummibeeren m&ms und kinderriegel hier westfalenpark dortmund da gab es wirklich auch so eisstände da konntet ihr euch selbst pokémon becher wähle eine soße wähle drei toppings und dann kriegst du frozen yoghurt was hat das mit pokémon zu tun eigentlich nichts wurde so genannt aber war trotzdem cool ich kenne das nicht dass man also hier bei uns gibt es sowas auf jeden fall nicht dass du so frozen yoghurt bekommst und da lauter so toppings drauf knallen kannst ihr seht hier schön den kinderriegel ihr seht die gummi bärchen m&ms haben sich sind hier genau haben sich versteckt war auch cool für zwischendurch wenn man einmal da ist dann schlägt man einfach zu dann wird die wird kulinarisch alles mitgenommen und dann ein schönes foto auch hier pika pika hier westfalenpark dortmund ich hatte jede menge stress bäm erst nein dann ja erst gab es kein internet dann ja viele hatten da problem aber ihr seht damals bei der safari zone war da ein typ in dem kostüm oder ein weib also mädchen in dem kostüm eine lady oder vielleicht war es auch ein kind im kostüm vielleicht war es auch ein echtes pikachu ich weiß es nicht stand auf jeden fall immer darum in der prallen sonne bei 30 grad 40 grad im schatten oh die leute sind alle hin dann wurde ein foto gemacht dann sollten die leute sich verpissen weil das pikachu hat ja nicht ewig zeit ihr konntet auf jeden fall ein schönes foto machen mit dem pikachu wie man hier sieht sieht auch richtig nice aus hat spaß gemacht wie immer kurz unterwegs ne bämm in der prallen sonne 2019 gab es halt nur pikachu 2020 2018 gab es nur pikachu und 2019 beim go fest standet da sogar pikachu und daneben ein evoli da hattet ihr sogar zwei fette große lebensechte sachen konntet euch daneben stellen und fotos machen das also auch sehr cool noch gemacht dann ein ich weiß gar nicht ist das abends ist das nächsten früh zurück im hotel und mega sonnenbrand aber safari zone dortmund hat sich auf jeden fall gelohnt auch wenn es ein paar aussetzer gab tolle location einzigartiges feeling essen hat gestimmt es gab viele shinies und viel zu sehen freue mich auf nächstes jahr hier hotel restaurant haus slamik dane slamik das können wir ja auch mal kurz aufmachen wie das aussieht was das sein soll ja 4,6 von 5 basierend auf einer meinung von 18 personen slamik verkauft hotel restaurant so sah das aus genau wenn man das hier so sieht da sind wir reingekommen das war die tür dann sind wir da hoch und dann konnten wir aus dem fenster gucken ansonsten gab es nicht wirklich was in dem ort alles war tot es war voll abgelegen irgendwo an der hauptstraße abgelegen an der hauptstraße okay zum schlafen ging es aber war jetzt an in dem sinne nichts besonderes da war es 2019 dann in datteln bei dieser location mit dem bauernhof mit den tieren mit dem campingplatz davor mit diesem spielplatz mit den da war das sah einfach richtig cool aus es war eine richtig gute location so und ihr seht hier auch alles knüppelrot knüppelrot hier die abdrücke vom hemd da konnte der ramses damals noch nackt rumlaufen war also sehr cool dann das ist aber jetzt am nächsten tag oder ich glaube das war als wir zurück ins hotel sind also im prinzip abends und das dann am nächsten tag da liegt was vergammeltes nämlich die crystal lag hier eingemummelt wie sonst was und da ramses daneben und guckt wie ein sparenferge zieht einfach nur wie so eine rolle drops mit verschimmelten haaren war aber auch ganz lustig dann habe ich ein crazy o ein bisschen geärgert es lebt und nochmal ein riesen dank für die begleitung und teilnahme an der safari zone war ein cooles und spaßiges wochenende pokémon sucht dies hier hotel restaurant hauslamic dane slamic denn es war ja wirklich so die crystal ist ja nur eine freundin eine freundin gewesen die hat ja selbst einen freund gehabt und hatte aber zeit hat das dann abgesprochen hat gesagt ja sie würde mitgehen ich hatte die karten die karten hatte ich schon gekauft gab es karten ich weiß nicht irgendwas hatte ich schon gekauft auf jeden fall es wollte eine andere dame mit die hat dann aber rumgesponnen dann gab es da irgendwie beef dann wollte ich ihr das geld wiedergeben weil die hat ihren anteil bezahlt und ich habe meinen anteil bezahlt dann ist sie eskaliert dann hat sie gesagt schieb dir das geld in deinen arsch du dämlicher und dann habe ich gesagt okay dankeschön dann war das geld also bezahlt ich habe gesagt so jetzt habe ich für zwei personen gebucht ich habe zwei tickets ich brauche jemanden der mitgeht pup sie konnte nicht mit ich habe christel gefragt christel ist dann mitgegangen und ich fand es auch richtig cool mit ihr dann so unterwegs zu sein war auf jeden fall eine coole zeit deswegen habe ich da extra nochmal diesen post ihr gewidmet habe das auch dann den marius geschickt der hat sich immer gefreut wenn er bilder von der christel gesehen hat und ja dann sind wir keine ahnung zum frühstück wahrscheinlich zu mcdonalds gefahren haben da noch was gephrasen aber sind zurück nochmal in den park ich weiß trotzdem jetzt grad nicht warum wir konnten auf jeden fall da nochmal durchlaufen und konnten trotzdem nochmal zocken und hier steht auch bei dem bild dabei ramses frisst sich durch den park da gab es dann auch hier eine china box ne mit china nudeln mit cola und mit sprite wo ein getränk drei euro gekostet hat plus zwei euro pfanne für den becher du bist also bankrott gegangen wenn du mal einen schluck trinken wolltest deswegen nehmt euch immer eine wasserflasche mit bei sowas füll die immer auf und ja hab ich dann noch schön hier so eine asia box gegessen und wenn wir grad bei asia box sind das ist nämlich jetzt wieder voll rassistisch der Übergang haben wir da auch noch ein Foto mit hong gemacht oida der hong hier westfalen park dortmund und der manuel stöbelang auch oida shish wer dann habe ich sogar hongs kanal verlinkt für die elisa extra ah ok nice und das auch ein schönes Foto eigentlich gewesen den hong ich weiß gar nicht wann war denn die mac habe ich ihn da das erste mal gesehen ich weiß es gerade nicht entweder habe ich ihn da das erste mal gesehen und ein bild mit ihm gemacht und dann habe ich ihn auf der mac wieder getroffen oder ich habe ihn auf der mac das erste mal gesehen und ihn dann wieder getroffen aber ich glaube das war das erste bild was ich mit hong gemacht habe denn auf der mac habe ich ja schon videos gemacht und als ich auf der mac war und videos gemacht habe ist er ja sogar auf mich zugekommen und in ein video reingegangen als der mutue raid war und hat gesagt oida der hong hier ihr müsst nicht ihr müsst mich nicht suchen ich komme zu euch da wusste er also schon dass es mich gibt und mein kanal ramses der dicke und da kam er auf mich zu also war das das erste aufeinandertreffen das erste mal dass ich hong gesehen habe live in person dass wir da standen und auch ein foto gemacht haben war also eine coole zeit damals der filippon hat auch ein bild mit ihm gemacht der war aber irgendwo außerhalb einkaufen in einem penny markt oder so und hat ihn dann davor getroffen haben die ein foto gemacht und ich glaube das war es auch da waren wir dann schon wieder zurück gab es pizza avandi ok wunderbar das also das letzte abschließende bild von dieser kleinen tour durch die safari zone 2019 damals wurde ja auch roselia da als shiny eingeführt es gab ganz viele pikachus es gab la vita dort in unmengen zu fangen da gab es ja noch nichts anderes da haben sich die leute gefreut und es hat auf jeden fall mächtig spaß gemacht auch das go fest danach im nächsten jahr hat noch mehr spaß gemacht auch gerade weil pupsi und isbo da dabei waren und wir so eine tolle unterkunft hatten und noch nebenbei viel erlebt haben ist schade dass das dieses jahr dann nicht so wird isbo kommt dieses jahr war ja auch im sommer nicht vorbei und das go fest wird von zu hause aus gespielt also ihr seht genießt die dinge die ihr habt solange wie sie da sind irgendwann ändert sich sowieso alles wart ihr bei der safari zone 2018 in dortmund schreibt es mal in die kommentare und wart ihr beim go fest 2019 in dortmund dann schreibt es auch mal rein das war es aber jetzt von meiner seite aus ich hoffe ein paar leuten hat das gefallen oder ist ganz interessant für ein paar leute so die jetzt noch nie bei einem go fest waren noch nie bei einer safari dass sie da noch ein bisschen einen einblick gekriegt haben wie das da so abläuft das war es aber jetzt von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses und euer hong euer